Herzlich willkommen zum 16. LPRS-Forum. Wir möchten Studierende und Alumni des Instituts für Kommunikations- und Medienwissenschaften der Universität Leipzig näher zusammenbringen. Wenn man noch am Studieren ist, wie wichtig so ein Netzwerk am Ende des Tages mal sein kann. Wir haben spannende Gäste eingeladen. Was ist Immersion überhaupt? Was ist immersive Kommunikation? Mein Wunsch ist, dass die reale oder physische viel mehr mit der digitalen Welt verschmelzen kann. Da ist schon unfassbar viel Technologie da, auch was Immersion angeht. Kommunikation, die Vertrauen erzeugen soll, die Leadership rüberbringen soll. Es gibt wirklich kaum eine so inklusive Kommunikationstechnologie wie das. Vielen Dank. ねぇ Bis zum nächsten Mal.